Die erste Begegnung, über die wir oft gesprochen haben, war in meiner Erinnerung etwas dünn, aber vorhanden war. Die war auf dem Alexanderplatz am 4. November. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und dann später habe ich ihn natürlich im Parteivorstand, damals hieß es ja noch Präsidium, sehr häufig gesehen. Dann auch privat. Ihr seid ja völlig unterschiedliche Politikertypen. Wie habt ihr beide zusammengearbeitet, euch erlebt, angenähert? Wir haben uns hervorragend ergänzt. Alles, was er konnte, konnte ich nicht. Und was ich konnte, konnte er wieder nicht so gut. Und insofern, weil wir das wussten, ich wusste genau, was er besser kann, er wusste, was ich besser kann. Und dann war das völlig unkompliziert zwischen uns. Ich habe selten ein so unkompliziertes Verhältnis erlebt, wie das zwischen uns. Was konnte er besser? Also zum Beispiel Kongresse leiten, moderieren, ganz viele Sachen machen, Arbeitsbesprechungen etc. Also da war er ja immer besser als ich. Das habe ich gar nicht versucht, erst ihm abschwenzig zu machen. Außerdem gab es, er war auch sehr unterschiedlich. Ich habe einmal erlebt, einen Berliner Landesparteitag, da sprach er, Oskar und ich. Und dann habe ich auch zu Oskar gesagt, die beste Rede hat Lothar gehalten an dem Tag. Also das gab es auch. Wenn er wollte, konnte er auch sowas. Ihr habt die Zeit der PDS erlebt mit dem Hungerstreik, mit all den Bemühungen, Bestrebungen, die PDS klein zu halten, aufzulösen, zu verdrängen. Das hat euch sicherlich stärker gemacht. Aber wie hat es euch stärker gemacht? Wie hast du das erlebt? Also man muss sagen, Lothar Biski war nicht nur ein herausragender Politiker, sondern er war ein herausragender Mensch und er war eine Rarität. Gerade in der Politik. Und zwar deshalb, weil er erstens einer der wenigen war, der in den 50er Jahren nicht aus der DDR in die BRD flüchtete, sondern von der Bundesrepublik in die DDR flüchtete. Und zwar, weil er aus den ärmsten Verhältnissen kam. Er war ja ein Vertriebener und dadurch wurde er in dem Dorf auch noch schlecht behandelt. Aber dann war er so begabt, dass er sein Abitur machte, was in der Familie ja eher atypisch war. Und als er sein Abitur gemacht hatte, hatte er die Nase voll und ging in die DDR. Und dann hat er dort seine Entwicklung genommen. Und weil er so hoch anständig war zum Beispiel, fielen bei ihm bestimmte Dinge aus. Also er war ja der Rektor der Filmhochschule in Potsdam. Und ich habe immer so am Anfang 90 damit gerechnet, dass ich mal irgendeinen bösen Brief von irgendeinem Studenten kriege, dass er dies oder jenes gemacht hat. Nichts. Nichts dergleichen. Er hat keine einzige Studentin, keinen einzigen Studenten religiert, obwohl es immer wieder mal Anforderungen angehen gab, das zu tun. Das hat er verzögert und verschoben, bis die anderen sich nicht mehr darum gekümmert haben. Er ist deshalb so eine Rarität in der Politik, weil er emotional ist, weil er tiefes Mitgefühl empfindet, weil er sehr tolerant ist, weil er bescheiden ist, weil er eine Art Mitmenschlichkeit ausstrahlt, wie man das wirklich selten erlebt. Und deshalb alle Leute in der Umgebung oder fast alle mögen ihn. Man mochte ihn einfach. Und ich mochte ihn auch von Anfang an. Ich mochte auch seine Art. Außerdem hat er noch einen sehr tiefsinnigen Humor. Ist sehr gebildet, sehr intelligent. Also es kommt so alles zusammen. Aber wenn du sehr intelligent bist, aber zugleich bescheiden, dann hast du ja ein ganz anderes Auftreten, als jemand, der das so nach vorne peppt, sage ich mal, und eine Wirkung zu erzielen. Es tut richtig weh. Nun kam es auch so plötzlich und so unerwartet. Und es tut mir auch richtig weh. Wirklich, aber ja, er war ein Freund von mir und ich verkrampfe richtig, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, muss ich sagen. Und ja, und er ist durch sowas nicht klein zu kriegen, also durch Gegnerschaft oder dadurch, dass wir eingefeindet wurden. Im Gegenteil, da entwickelt er sehr viel Solidarität. Ich kann mich an eine Fernsehsendung erinnern, wo ein CSU-Mann ihn mal richtig angriff. Und da habe ich gestaubt, wie er sich wehren kann dann auch, ja, weil er da eigentlich so ruhig war. Aber plötzlich konnte er da auch richtig zurückzischen. Das hat mir gefallen, ehrlich gesagt. Ja, deshalb sage ich, er ist eine Rarität. Ich kenne keinen zweiten Politiker, der in dem ganzen Komplex von Eigenschaften ihm ähnelt. Kenne ich nicht.